Lebendig und vital zu sein bedeutet, immer wieder neue Perspektiven zu eröffnen. Zum Beispiel mit Schüßlersalzen, denn sie wirken in ihren Körperzellen wie ein Türöffner und helfen so, ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren und Beschwerden zu lindern. Der Arzt und Forscher Dr. Schüßler entdeckte, dass vielen Beschwerden eine Funktionsstörung im Mineralstoffhaushalt zugrunde liegt. Er entwickelte ein einfaches und zugleich wirkungsvolles Therapieverfahren, wie der Präsident des Biochemischen Bundes aufzeigt. Ja, Dr. Schüßler nannte seine Methode Biochemie, die Chemie des Lebens. Heute kennt jeder die Salze unter seinem Namen als Schüßlersalze. Manche nennen sie auch die Salze des Lebens. Dr. Schüßler erkannte, dass Mineralstoffe wie Calcium, Kalium oder Magnesium nicht nur Baustoffe, sondern auch als Funktionsmittel unverzichtbar und lebensnotwendig sind für alle Stoffwechselvorgänge. Oft kann der Körper Mineralsalze nicht richtig aufnehmen oder verarbeiten. Dr. Schüßler verwendete daher eine besondere Aufbereitung der Mineralsalze. Und so wirken Schüßlersalze wie Türöffner für unsere Zellen und bringen unseren Stoffwechsel wieder in Fluss. Schüßlersalze geben den Zellen sanfte Impulse und sorgen dafür, dass die Mineralstoffe wieder optimal aufgenommen und verarbeitet werden können. So wird die Selbstregulation des Organismus angeregt, der Zellstoffwechsel kann wieder normal funktionieren. Schüßlersalze stärken die Selbstheilungskräfte des Körpers und haben als sanfte und natürliche Arzneimittel viele Anwendungsgebiete. Die 12 Schüßlersalze unterstützen zum Beispiel unser Immunsystem, Muskeln und Nerven, Knochen und Gelenke. Auch bei der Psyche können Schüßlersalze helfen, unsere innere Ruhe und Balance wiederzufinden. Die Schüßler Mineralsalztherapie ist sehr erfolgreich, weil sie keine symptombezogene Behandlung ist, sondern an den Ursachen der Beschwerden ansetzt. Millionen Menschen weltweit nutzen die Schüßlersalze, um gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Schüßlersalze sind eine ideale Begleitung für einen ganzheitlich gesunden und aktiven Lebensstil, sind in jeder Apotheke erhältlich und bei vielen Familien ein fester Bestandteil der Hausapotheke oder für unterwegs. Dr. Schüßler wird in diesem Jahr besonders gefeiert. Der Biochemische Bund öffnet im August die Türen zu einer großen Jubiläumsfeier zu Ehren von Dr. Schüßler. Wir feiern in diesem Sommer den 200. Geburtstag von Dr. Schüßler mit einem vielseitigen Festprogramm und tollen Expertenvorträgen. Egal ob Schüßlersalze nun schon fest zu Ihren Gesundheitstipps gehören oder Sie nun einfach neugierig geworden sind. Wir freuen uns, Sie vom 18. bis 21. August in Bad Zwischenahn zu den Dr. Schüßler Gesundheitstagen zu begrüßen. Besuchen Sie gerne unsere Website. Hier finden Sie viele Informationen zur Anwendung der Schüßlersalze. Termine für Fachvorträge und Webinare sowie Kontakte zu Schüßler Patientenvereinen in Ihrer Nähe. Wir freuen uns auf Sie.